Mein Name ist David Kern. Der David Kern. Ich bin ein Bestseller-Autor. Ein Literaturstar. Bis vor ein paar Wochen hat sich noch niemand für mich interessiert. Am allerwenigsten Marie. Ich stehe auf Schriftstelle. Kommissar Beigret, kenn ich. Aber alles wurde anders an dem Tag, als ich diesen Roman fand. Ich hab dir was zu lesen mitgebracht. Mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Ich hab's letzte Nacht an einem Stück gelesen und ich find's unglaublich. Ich hab richtig geheult. So ging's mir auch. Du hast beim Schreiben geweint? Wahnsinn. Marie sah mich plötzlich mit anderen Augen. Und alle anderen leider auch. Wenn sie jetzt sitzen ließe, bei dem ersten Rendez... Rendez-Fort. Rendez-Fort. There's nothing that I want more. Rendez-Vous. Kann ich nicht sagen Verabredung? Komm mal von mir. Dem lieben Schneckchen zum 40. Hier bitte. Schreiben Sie für Alfred Duster. Was wollen Sie von mir? Ich wollte den jungen Mann kennenlernen, der so viel Erfolg hat. Mit meinem Roman. Sie sind der absolute Hotshot dieses Jahr. Was würdest du denn sagen, wenn ich den Roman gar nicht selber geschrieben hätte? Wenn ich den gefunden hätte oder so? Dann würde ich sagen, ich will den Mann unbedingt kennenlernen, der das geschrieben hat. David! Was für ein Zufall! Du fühlst vielleicht toll, die Freundin von David Kern zu sein, aber ich bin David Kern und ich finde es im Moment ziemlich anstrengend. Marie! Lila Lila. Die Scheißkerle! Entschuldigung. Oh. Ich wollte mich stören.